Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Bulgarien. Ich arbeite für Lusteria seit fast zehn Jahren. Das gefällt mir, dass wir sehr transparent sind. Wir sind sehr offen. Wir verstecken nichts von unseren Gästen. Die Rezepte sind sehr bodenständig, sehr einfach, aber die sind lecker. Jeden Tag ist Action hier. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Das Klima ist einfach super. Wir sind junge Menschen da, sehr locker. Das ist einfach wirklich dieses familiäre Gefühl. Du kannst so sein, wie du bist. Ich bin łatide. Ich bin 32 Jahre alt. Sein Dia ich